Stun-Gun heißt die, dachte ich mir doch, ja, ich dachte, es heißt Stun-Gun, aber Stun ist ja eigentlich, ne, und so. Ich hatte eine Equacy von 22% von uns, glaube ich, oder? Weiß ich nicht mehr. Falls du das irgendwie noch gesehen konntest, würde ich, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, die Shotgun fand ich super. Ja, ich nehme die auch mal mit, YOLO. Was? Es gibt nur die Mauser als Secondary? Ja, von Anfangs ist es noch. Ja, nein, auch bei Equipable und All. Ist trotzdem nur die Mauser aufgereiht. Wenn du auf Crying Me All gehst, dann werden die anderen noch angezeigt. Ja, ich weiß. Das ist ja Popo. Ich habe mir wirklich die Thompson-Namen, aber Level 10. Naja. Okay, dann wollen wir die Schroffel, dann muss ich mal gucken. Möchte ich die Streuung verringern? Ich weiß nicht. Möchte ich das? Was du befristet? Eigentlich möchte man es ja nicht, oder? Die Streuung verringern? Naja, dann ist es halt auf Entfernung etwas präziser. Ah, genau. Etwas eigentlich normaler. Dafür habe ich ja die Pistole. Ja. Ich würde ja auf Schaden gehen. Ah, I see what you did there. Okay, cool. Schätze ich mal Ähnliches. Ah, okay. Ich muss mit Hilfefeuerleute killen, damit ich den Reap halte. Ja, okay. Ah, ja. Und ich muss ihn holen, ja. Na, gucken, was die Mauser braucht. Ah, ja. Die gibt's ja auch noch, ne? Hm. Die gibt's ja auch noch. Ja, dieses Verbessern gar nicht erst gesehen. Tötet 500 Leute. Alles. Tötet 250 mit Hüftfeuer. Sammeln Munition auf. Tja, da müssen wir wohl zum Ende Feinde töten. Ja, ich guck aber gerade noch nach, was meine... Also ich habe halt noch nichts bekommen, weil erste Mission. Ja, logisch. Ja, klar. Ja, ich habe ein Skill bekommen. Ich habe ein Geschützturm-Schütze, habe ich mir freigeschaltet. Äh, wenn es um Unterstützungsfeuer geht, gibt es nichts besser als ein festmontiertes Maschinengewehr. Level 1 reduziert die Rate von festmontierten Maschinengewehren um 17%. Ich schätze mal, das versteht sich so, dass ich die Maschinengewehre mitnehmen kann. Und wenn nicht... Ich glaube, ich würde mir agil von Anfang nehmen. Move fast, sprint fast. You know? Ja. Da kann ich halt rennen und schießen. Hm. Ach, von Anfang. Nun denn! Ist nicht so gut, sorry. Es ist eine Stealth-Option, also mit dem Explosive-Typen reinzugehen, weiß nicht. Wobei, wir haben halt überhaupt keine Stealth-Sachen außer halt Messer, deswegen... Das Ding ist halt, ich müsste mir einen neuen Charakter machen, wenn ich einen neuen haben möchte. Ja, man kann ja sich mehr Charaktere machen. Ja, ich weiß. Der fucking mit dieser Brille, Alter. Ich glaube es ja nicht. Ha, ha, ha. Ich finde es witzig, dass der Russe eine Gasmaske hat. Der weiß wahrscheinlich, was los ist. Hm. Oh, boy. Da hat einer schon Erfahrungen gemacht. So lasst du denn da Rassismus beginnen, was? Ich meine, stell dir mal vor, der eine... Hä? Äh? Halte Mission? Was war das denn eben für deutsches Englisch, yo? Ein Sem. Das Englisch von dem Typen war ja gar nicht mega deutsch. Also, klang mega deutsch. Wahrscheinlich war das nach dem Motto, hey, ich bin zwar ein deutscher, aber ich versuche Englisch zu sprechen. Wollen wir euch noch eine Mission zuerst machen? Das ist die Mission. Eigentlich, ich habe eigentlich Odins Fall ausgewählt. Eigentlich. Ja, dann machen wir wohl die erste Mission zuerst. Wo müssen wir hin? Ja, alle Lagerräume. Oh, ich habe keinen Missionsmarker. Ich auch nicht. Aber hier ist eine unsichtbare Wand. Soviel dazu. Ja, so war doch noch. Ich halte mal das Messer ausgerüstet, weil ich weiß nicht, wohin. Äh, beziehungsweise, ich weiß nicht, ne? Ich sehe Leute schon gerade aus. Da drüben ist eines der Lager. Uuuuuh. Eine Nazi. Obwohl, ich bin ja gar nicht mehr tot. Hey Nazi, komm mal her, Junge. Alle Nazi. Kann man Gegner spotten, so wie damals. Lerge. Uuuuh, da ist ein böse Nazi. Was war das, Nummer Q? F. Ach, F wie Ficken. F wie Anschreien. Näh. Aber, ja, soviel dazu. Wurdest du gesehen, oder war ich das? Äh, du. Okay. Allahu, Ackmar. Messer machen. Hier sollte ich's nicht machen. Ja, wow, die Sache ist halt, mir wurde halt der Marker angezeigt, von wegen, du wirst übrigens gesehen. Aber der Marker war nicht nach dem Motto, äh, du wirst jetzt gleich kritisch gesehen, oder so ein Teil. Äh, er wurde langsam gelb, äh, orange, oder so. Also, ja, aber ich meine, der Marker bei mir auf dem Bildschirm blieb hat gleich. Achso. Deswegen war ich verwirrt. Ach ja, dieser weiße, ja. Ja, mhm. Na, guck mal, was ich gefunden hab. Was hast du denn gefunden? War es scheiße? Watt ich's mal fand. Nein, das ist ja auf dem Boden. Tau, na, was soll ich tun hier? Taufbecken nehmen, mhm, cool. Ja. Ach, Nazi-Gold, oder was? Ja. Ah, nice. Da siehst du, jetzt haben wir genug Zeit, dass wir alles so erkunden, ja. Hast du viel zu sterben? Ja, aber es gibt noch keine Silencer. Ja, das Messer, weiß ich jetzt nicht. Aber hä, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich fucking Odins Fall ausgewählt habe. Ich mein, wie heißt die Mission? Ja, gute Frage. Was steht das denn? Phantas heißt sie. Wo siehst du das? Papp. Achso. Äh, Jäger. Ja, geil, liegt ein Bein rum. Hallo, wir schießen hier schon wieder. Boah, bin ich blind, Alter, ich seh den Typen gar nicht. Kann ich das mitnehmen? Oh, Mann. Wer schießt denn da auf mich? Ich seh den gar nicht. Hat das eine MG-Stellung, oder was? Was sagt das doch? Weiß ja, er hebt das auf die Fresse. Bam, voller Nehmen. Okay, stirbst du mal bitte? Boah, wie sie aber teilweise gleich in Animationen haben wie die Typen aus Payday. Nice. Mein Typ ist jetzt schon nervig mit von wegen, hey, da ist übrigens ein MG. Oh, mein Spiel hat sich gerade verabschiedet. Ach, nö. Ja, doch, mein Spiel hat sich verabschiedet. Warum hast du denn heute? Warte, ist es wieder... Ja, jetzt ist es wieder weg. Ja, irgendetwas Spiel hat Probleme mit dem Kasa-Couch. Ja, Windows und P. Was, P? Achso, lol. Ah, ja. Hm. Ja, irgendwer hat gesagt, right in the Schnitzel. Oh Gott. 10.090. Fries meine geschmolzene Scheiße. Hier ist noch eine Statue. Hier vorne im Fastdorf. Ja, hier sind erstmal Leute. Na, ich packe auch erstmal meinen Scheiß da rein. Wieso denn da mir ruhig mit? Kann man mal Gelegenheit wieder zurückgehen. Nein, ich meine, das war ein Schwer, deswegen muss ich das später weg mitnehmen. Hä, denn ich meine, sammeltest du rein? Wieso sammelst du das denn nicht ein? Das verstehe ich gar nicht. Hä, weil das schwer ist. Achso. Ich habe verstanden, weil da ein Schwert ist. Ja, toll. Was ist denn ein Schwert so toll? Sorry. Oh, ich habe keine Money mehr. So haben wir aber nicht gewettet, Kollege. Loll, er geht auch erstmal drinnen. Dein Refix, was? Ja, ja, Kenntnis Marke. Ja, ja. I blame the Steuerung, ich will. Ja, ist doch in Ordnung, Loll. I blame the Steuerung. Shit happens. Sniper, was ist denn? Radadadadadadada. Mann, ich werde den Schutzschutzschulen mitnehmen. Nein, C ist immer noch nicht dunklen, du Idiot. Merkt ihr doch das endlich mal. Heftig nicht, ne? Ja, das war auf dem nächsten Lager. Dann darum ist der Sniper. ja was für munitionsspuren die haben wollen wir das nazi-guard mitnehmen bzw. das nazi-guard als judenguild? ja klar ich dachte grad unsichtbarer moro ok das sah sehr interessant aus wie der npc gerade an das geschützt gegangen ist das sah sehr interessant aus der hat der ist basically rangegangen und hat dann erst mal seinen kopf so als hätte er grad übelst die hippie mähne weißt du so lange haare auf doom hätte er sich erst mal so ah sieh mich an ich schmeiß mich jetzt an sam g ran sah es so ein bisschen gerade aus der fuck ja komm wir sind das nächste lager die spawnen ja hier unendlich wo ist das nächste lager? ja das ist ne gute frage warte mal karte benutzen gab es letztens nur dings für aber wo ist denn die karte? und der tab? nö eben ist es auch nicht das wird zu einfach äh gibt es den payday in der karte? weißt du das zufälligerweise? du payday suchti hm was sagst du? ob es den payday in der karte gab mensch meyer ja es gab in der vorbereitung ne karte die kannst du lesen ja aber jetzt noch nicht aber in der vorbereitung hat man die karte halt irgendwann nicht mehr gelesen weil jeder die karte auswendig kannte naja aber du hast du eine masse die auch einfach angerollt kam dass man nur reinholze braucht ja nice erst mal den kopf verloren du blöde sau ähm wie sehts bei dir von wegen hast du diese entstattung noch dran gedacht wir zu nehmen? ja ja die habe ich dabei ja hier sind wir wieder ok cool ja ich such grad das andere lager tut mir leid nö was ist denn du brauchst Hilfe? nein weil du das lager nicht äh weil du nicht hier wusstest wohin ja wie weißt du denn wo das andere lager ist? ja keine antwort ist auch ne antwort ne? keine ahne ich weiß nicht wo das ist ja deswegen da brauchst du doch nicht bei mir so rumschnauzen ja ich dachte du bist was ich war bei mir nein ich habe gesagt ich habe keine ahnung wo das lager ist ach guck mal da hinten das ist deswegen lauf ich halt einfach nur so rum und suche und du dann so und ich dann mal so ah nö 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 er weiß nicht und er sagt von wegen ah jetzt weiß er nicht wo das lager ist ich hasse ihn es sind einfach nur zwei typen die wir töten müssen drei ja ja ok aber guck guck aua wie geil ist der denn geflogen scheinbar ich frage mich was passiert wenn man sich hinter den lng typen stellt ob der von dem lmg weggeht oder ob der dran bleibt äh ja bis jetzt ist der eine weggegangen tatsächlich also der hat sich dann abgewandt und hat versucht auf mich zu schießen beton auch versucht lull naja ist halt kaine ja mann guck mal wie wie rar die granaten auch in payday waren und jetzt ist er einfach im halt ja er ist zweiter weltkrieg ist was ganz was anderes boah ich will das mutterrad hier haben aber das geht natürlich nicht das ding ist bleiben wir gleich noch um noch ein bisschen zu gucken ob er noch irgendwie geheimnisvolle schüssel ist oder hauen wir ab also ich mach momentan dir das fast äh ne das fast hier der kiste auf die ich finde ja ich versuch's auch ich mach's mal das ähm hast du auch goldmiches gefunden oder wie sieht's bei dir aus was hab ich gefunden hast du diese eine starter mitgenommen ja die hab ich ok hast mich vorhin schon gefragt ja aber du weißt ich und mecken ja du kannst es ja zumindest versuchen und es gibt kein quick knife was nicht auf den serv geht es gibt eh oder achso eh ja ok aber ist kein knife ist halt in die fresse hauen äh wo ist denn eine blöde frucht achso eine minute zwanzig ja ok dann warten wir auf fluchtfahrer auf fluchtfahrer was hast du denn schon wieder für probleme ja ah hier Mist jetzt wollte ich das mal ihm vorführen von wegen ob der weg geht oder nicht ach man ich will das im game mitnehmen aber ich bin auch von payday mehr so diese ähm die strategie mit den choke points gewöhnt was für ein ding äh eher so eine strategie mit choke points äh was ist denn los ha blöd geschmeckt ähm du lässt alle durch einen punkt durchlaufen und da stationierst du dich und machst dich kaputt ja kann man machen öfff wie gesagt ich lauf grad einfach nach oben zu gucken ob hier irgendwas liegen oder so von mir aus können wir auch in nem lager warten mir ist das eigentlich relativ egal irgendwie hab ich noch ein bisschen probleme mit der grafik das die mich triggert wenn ich den nicht vernünftig erkennen die typen es sieht alles so bunt und schön aus das ist ungewohnt bunt und schön hey 10 sekunden wuppwupp hey der typ hat einen shotgunschuss im äh ins nie überlebt ich glaub nicht die kommen mit dem parachute runter ich sehs ja ich weiß da ist auch vorhin auch mal einer an dem hier gelandet ganz nett ist ja niedlich ja das macht schon ich hab noch so den Fallschirm weg gesehen das macht schon mal mehr Sinn als wenn sie aber so auffloppen die eine mich hier aber auch ignoriert auch fluchtfahrerwagen ja wo ist er hinten ich frag mich ob ein warcry laut oder leise ist ich komme oh wow da ist der hinten ja hier hast du was verloren ne glaub ich ja das hab ich da hingeschmissen wenn wir das einfach langsamer ja ok ja dann auf auf zum ausgang peng peng fress das du hans und ich werde mich verspielen ah wieder einfach im bush gekämpft es gibt ne ganz witzige cutscene scheinbar wenn man ne mission beendet ok ok doch mal cool was macht das bei dir ahja battlecry ja aber was macht dann battlecry bis jetzt hat der gegner markiert ne also den hier vorne nicht äh für mich pardon achso ok ich weiß nicht ob das irgendeinen effekt für andere hat so ich hab die religiöse figur mal reingeschmissen ich hoffe das zählt noch so wie ein payday und ja wollen wir uns noch pissen oder wollen wir mal gucken ob wir noch andere suchen ähm du müsstest deinen looter oben noch da auf den truck schmeißen ja hab ich ja was du hab ich doch ihm gesagt hey hast du dich angezeigt ja ich hab doch eben gesagt achso lol oh wow diese synchronisation laut meiner synchronisation liegt das ding hier vorne auf dem boden und net ja bei mir stand oben religiöse figur deswegen meine ich jetzt ob das so wie ein payday ist oder nicht und bla und ob wir jetzt noch gucken wollen ob wir was finden oder ob wir uns noch pissen wollen äh weiß nicht was sagst du mir ist das egal wie du möchtest erst können wir losgehen hei hei dann hauen wir abjunge gehen hier hoch aha wir abjunge so hoffentlich gewischt dann spiel nicht wieder weil der cutscene ich hoffe sie kommt überhaupt lad weil äh im ladescreen nach bomben gefallen sind ja nur so bevor das noch fallen konnte nie ja so ein ladevorgang ich weiß nicht ob das einfach nur ladevorgang mäßig das getriggert wurde oh hier 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 katzie bei mir das noch nitspoilern ok das letzte mal ist was anderes passiert ok es gibt variation cool nice was interessant hast du ja gesehen die cutscene ok was ist bei dir passiert äh der typ hat gesagt ähm traitor nachdem er eine sternarte geschmissen hat oh lol das ist sogar unterschiedlich was bei jemandem passiert nice äh bei mir hat halt der Major oder was auch immer das ist der neben Hitler hat diesen bericht vorgelegt und Hitler ist wütend geworden und wollte ihn dann mit dem Stift abstechen und ist vom Stuhl gefallen das war witzig ok cool 85% äh genauigkeit eine Erkennungsmarke cool hey 3 Wertbelohnungen geil Bonusbeute 2 hey pep wow 43 wow ja du hast ja alle Wertbelohnungen gesnackt dadurch dass du eine Trefferwahrscheinlichkeit an den Eingang zum Schmarrn hattest hey Doppeltfreuschaltung Karabiner M1 und das war's glaube ich ja ich war zielgenauer als du hahaha joh aber möchte ich einen Spread Decrease haben? das weiß ich nicht das weiß ich nicht möchte ich das? hm ich muss mal gucken naja wie gesagt es ist ja zwar eigentlich Schrot gar nicht meins aber ich sag mal jetzt in der Runde wobei wir hatten auch zum ersten einen Häuserkampf ja ich probier mal den Karabiner aus mal gucken wie der so ist schön dass man die Waffen nicht kaufen muss wobei es wäre vielleicht doch cool ich weiß es nicht will er es jetzt nicht sagen nachher macht man es dann ist total scheiße dann raus ne ich mein Waffen kaufen zu müssen weil ich hab den Karabiner jetzt einfach so bekommen ganz schnell noch sprinten dann kann sich schnell noch bewegen du bewegst dich in allen Modi schneller äh ich will lieber Schaden entstecken ich will dieses Geschütztarm mitnehmen rip ja das klingt ganz gut hurra ok ok ah are you sure you want to apply these proficiencies this action cannot be reserved reversed ich weiß es zu deutsch hm kann man aber es kostet halt ich weiß es nicht kostet was ja ja es steht doch da unten Gold ne du kannst es zurücksetzen lassen irgendwie aber es kostet halt Gold und so ein Scheiß 10 Gold und das haben wir momentan nicht also ich zumindest nicht also so wie es aussieht kann ich eins von den drei Dingern auswählen und ich kann da irgendwie nichts anders an machen deswegen ja so sieht das bis jetzt aus hm kampfschrei unantastbar werde deutlich schwerer zu treffen erhöhe das Tempo deines Teams und nebenbei markiere Gegner cool ok jetzt wissen wir was das macht nicht wahr hier ja kann man hier aber so rausgehen ah natürlich nicht ok dann halt nicht ja ich würde hinter uns einfach nur zugemacht oben richtig irgendwie ist das feuer ein bisschen hyperaktiv ja ja das feuer das feuer von den kerzen ist irgendwie ein bisschen hyperaktiv jo ich mein das ist ich mein die haben ganz stumpf einfach zwei grafiken übernommen ja ja deswegen meine ich die sehen irgendwie so aus als wenn sie ein bisschen zu schnell flackern aber ich bin doch kein Kerzologe von daher nun piep piep dann wähl du ne Mission aus ah alles klar dann machen wir den nächsten Mission copper gut okay du